...Mitte nach vorne, Max, Arthur und Firat! Wir haben eine schöne Buchstütze, eine Eule, sind ganz angesagt, habe ich gehört. Unser Projekt heißt Bücher bauen können Brücken bauen und deswegen dachte ich, die Buchstütze passt. Und Maximilian hat viele Eulen-Post-Its bekommen, damit er noch sehr viele tolle Gedichte schreiben kann. Ein weiteres Projekt, das wir durchführen, Bücher können Brücken bauen mit den vier Nationen, Italien, Polen, Türkei und Ungarn und uns natürlich. Das ist ein Erasmus-Plus-Projekt im Rahmen der Europäischen Union, das wir über zwei Jahre mit diesen fünf Schulen durchführen. Wir werden im Laufe der zwei Jahre an den verschiedenen Schulstandorten dann auch Schüler-Arbeitstreffen haben. Wir haben auch fleißig gearbeitet in dieser Woche und was wir erarbeitet haben, müssen wir auch alles sehr ordentlich dokumentieren. Und das macht heute Abend ganz besonders Herr Schmidt für uns. Herr Eimer macht Fotos, es sind einige andere Leute dabei, die das dokumentieren. Wir möchten jetzt gerne einen Stellvertreter für alle, die uns beim Dokumentieren helfen. Herr Schmidt einmal auf die Bühne bitten. Herr Eimer, wir möchten Ihnen gleich anschließend den schönen, verdienten Rotwand zu bereichen, den er sich redlich verdient hat. Und dann haben wir noch einmal. Großen Dank an Annalena Stiebe, die uns den ganzen Abend hier ganz toll begleitet hat mit dem Sachsen-Punkt. Annalena. Möchten Sie das Schlusswort sprechen? Also über Schlusswort habe ich jetzt nicht nachgedacht. Ich danke Ihnen allen sehr, sehr herzlich, dass Sie gekommen sind, dass Sie unsere internationalen Schüler unterstützen können mit Ihrem Applaus. Der Applaus ist sehr, sehr wichtig beim Poetry-Slam. Ich wünsche Ihnen allen noch einen sehr schönen Abend, ganz herzlichen Dank. Jetzt kommt noch ein kleines Geschenk zum Namen Nikolaus Fest. Die Presse möchte noch ein Foto machen mit den Tiger. Bitte die drei Tiger, genau. ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.